It's Yuki Time und damit herzlich willkommen zu meinem DV-Zucht-Tutorial, was darauf abzielen soll, wie ihr das perfekte Pokémon zerzüchten bzw. trainieren könnt und im Vergleich zum Beispiel Chloraklorak einfach viel, viel stärker ist. Dazu dieses Eingangsvideo, hier erfahrt ihr halt jetzt mehr über die Basics, es werden noch zwei weitere Folgen, über die DVs und EVs und noch ein Abschlussvideo. Ja, kommen wir mal zu den Basics. Da haben wir den sogenannten Statuswert, wie ihr schon sehen könnt. Der Statuswert setzt sich zusammen aus dem Basiswert, dem Level, dem Wesen, den EVs und den DVs. Ganz, ganz wichtig, was ist überhaupt der Statuswert? Der Statuswert setzt sich zusammen aus, oder der Statuswert, das ist der sogenannte Endwert, den ihr finden könnt bei Angriff zum Beispiel. Also das Angriff, Initiative, Verteidigung, da findet ihr immer Zahlen dahinter. Zum Beispiel Angriff 36, dann ist das der aktuelle Statuswert, Endwert. Und diesen Endwert, das ist aber eine veränderbare Variable. Und durch gezieltes Wissen, was ihr jetzt zum Beispiel in diesem Video erhaltet, könnt ihr einfach den Wert bei einem speziellen Pokémon auf den Maximalwert treiben. Und das ist einfach das Coole daran, wenn man das natürlich weiß. Und darum soll es jetzt auch erstmal gehen, dass man das erstmal so ein bisschen mitkriegt, worauf man achten muss. Der Basiswert, das ist der sogenannte Grundwert bei jedem Pokémon, der ist unveränderbar. Das heißt, ihr fangt einen Raupi, ihr fangt einen Glumander, das ist völlig egal. Die haben immer die sogenannten Basiswerte, die sind unveränderbar, die sind auch immer gleich. Zum Beispiel hat ein Basiswert von Glumander Angriff 36 und beim Raupi 10 und beim Pikachu 12. Also das ist völlig unterschiedlich, aber immer gleich. Dann vom Basiswert geht es weiter zum Level. Kämpft ihr oder trainiert ihr euer Pokémon, dann bekommt es nach einer bestimmten Zeit, nachdem es genügend Erfahrungspunkte gesammelt hat, ein Level Up. Und dieses Level Up sorgt dafür, dass ihr wieder auf eurem Endwert, auf eure Statuswerte, Punkte verteilen könnt. Hier seht ihr das gerade in dem Video. Hier hat gerade ein Togekiss gewonnen den Kampf, bekommt Erfahrungspunkte, erhält ein Level Up und kann somit jetzt Punkte wieder erhalten. Und hier bekommt es zum Beispiel jetzt auf KP vier Punkte. Das heißt also, die Variable, der Statuswert wurde um vier Punkte bei KP erhöht. Gut, das Wesen, das Wesen ist eine ganz verrückte Sache. Es gibt fünf neutrale Wesen und ernst, kauzig, robust, sanft und zaghaft. Und diese Wesen, die ich gerade genannt habe, die sorgen entweder dafür, dass ein bestimmter Wert nach oben um 10% steigt und dafür ein anderer um 10% sinkt. Das heißt, ihr müsst euch ganz genau bewusst sein, was ist die Stärke dieses Pokémons, beziehungsweise was braucht es nicht. Zum Beispiel braucht es Angriff, aber spezifischen Angriff nicht. Dann nehme ich doch genau dieses Wesen. Und dann hat es da nochmal 10% mehr im Angriff. Oder halt, wenn ich jetzt zum Beispiel Pikachu nehme, es macht nur Spezialattacken wie Donnerblitz, dann muss der Spezialangriff natürlich stärker sein. Und Angriff brauche ich nicht. Also nehme ich so ein Wesen. Das könnt ihr jetzt auch nochmal hier sehen. Ich habe da nochmal ein Video eingebaut von einem Despotar. Und das Neue bei XY ist auch, ihr könnt sehen, welcher Wert gestiegen ist und welcher fällt. Der rot markierte spezifische Verteidigung ist gestiegen, während Initiative gesunken ist. Ob das optimal ist, ist natürlich fragwürdig, aber es ist erstmal cool. Dann haben wir die EVs. Die EVs sind trainierbare Werte. Das heißt, bei XY ist das neu eingeführt worden mit Spezialtraining extra trainieren, die Statuswerte nach oben treiben. Das sind also keine versteckten Werte oder so, die sind da. Die könnt ihr spezifisch trainieren. Das heißt, ihr wisst, die ist die Stärke meines Pokémons. Verteidigung, dann werde ich natürlich im Spezialtraining Verteidigung trainieren. Es ist natürlich genauso wichtig zu wissen, dass ihr diese EVs, dass dazu nochmal ein extra Video kommt, weil das eine komplexe Geschichte ist. Da gibt es auch wieder eine bestimmte Anzahl an Punkten, die verteilt werden müssen und die verteilt werden dürfen. Also jeder Wert hat da einen Maximalwert. Und es kann auch zum Beispiel auch nur durch, dass ich jetzt ein Pokémon begegne und es besiegt habe, werden auch EV-Punkte verteilt. Das ist aber kein gezieltes Training. Deshalb ist es wichtig, dass ihr euch das EV-Video auch nochmal anschaut, dass ich da nächste Woche hochladen werde. Dann kommen wir im nächsten Schritt, wenn wir das dann hinter uns haben, zu den DVs. Die DVs, das sind im Gegensatz zu den EVs versteckte Werte. Das heißt, die könnt ihr nicht einfach irgendwie gezielt trainieren, sondern die sind einfach da. Und die EVs, die DVs, da ist es natürlich auch nochmal ganz wichtig zu wissen, bei XY zum Beispiel gibt es die sogenannte Kontaktsafari. Da spielen aber noch ein paar mehr Sachen eine Rolle, deshalb hier in diesem Eingangsvideo nur die Basics. Dazu gibt es auch nochmal ein gesondertes Video. Die DVs sind zusätzliche Werte, die auf den Statuswerten verteilt werden können. Und die tragen Werte zwischen 0 bis 31, ja. Also ich kann ein Pokémon haben wie Glumander. Das hat jetzt 31 DVs auf KP. Ist das gut. Kann aber auch im gleichen Moment auf Angriff nur, was weiß ich, 4 DVs, also 4 weitere Werte haben. Und das ist nämlich das Spannende, wie ihr jetzt schon seht, bei Level 100, das ist nämlich auch ganz wichtig noch zu wissen. Diese DV-Werte ergeben erst einen Sinn auf Level 100. Davor ist das ein bisschen anders, nämlich auf Level 100 ist das 1 zu 1. Habt ihr zum Beispiel einen Clurag auf Level 100 und es hat Angriff 100, aber 0 DVs auf Angriff, dann bleibt es bei 100. Hat es aber 31 DVs auf Angriff, dann hat dasselbe Clurag auf Level 100 131 Angriff. Und das heißt natürlich, es ist wesentlich, wesentlich stärker. Und deshalb ist es so wichtig und so cool, wenn einige Spieler, Trainer 31 DVs auf 6 Werte verteilen können. Also auf KP, Angriff, Verteidigung, spezifischer Angriff, spezifische Verteidigung und Initiative. Wenn du da überall zusätzlich 31 DVs hast, also diese versteckten Werte, ist das richtig gut. Gut, ja, das ging jetzt zwar ganz schön schnell, ich hoffe aber, euch hat das Video gefallen. Ihr liked es, ihr abonniert mich, ihr schaut vor allen Dingen noch die anderen Videos und das Abschlussvideo, weil ohne die ergibt das natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber das ist erstmal soweit zur DV-Zucht das Entscheidende gewesen. Vielen Dank.